Die Vatriburger Fanbox für unseren SCP Ich wünsche allen Fans vom SC Paderborn und den Spielern eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo, ich bin Celine, ich wünsche euch frohe Weihnachten und grüße sehr herzlich die Mannschaft. Hallo zusammen, ich wünsche euch allen eine frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Und drei Tore und drei Punkte heute nochmal unterm Baum. Ich wünsche allen Fans vom SC Paderborn frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lieber SCP, wir begrüßen unsere alte Klasse und hoffen heute auf einen schönen Heimsieg. Ja, liebe Mannschaft, wir wünschen euch alles, alles Gute, ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, wo ihr dann hoffentlich genauso viele Punkte holt wie dieses Jahr. Das war eine klasse Leistung, das war eine klasse Saison bisher und wir sind stolz auf euch und euren Zusammenhalt. Wir hoffen, dass wir als Zuschauer wieder dabei sein dürfen, mit allem Mann im vollen Stadion. Alles Gute! Die Batterieburger Fanbox für unseren SCP.